Am 11. Dezember 2011 spielt der TSV Alemannia Aachen ein gewöhnliches Zweitliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Zu dieser Zeit ist die Aachener Fanszene so stark gespalten wie selten zuvor. Neben der eher linkspolitisch gerichteten Gruppe Aachen Ultras existieren auch die sogenannten Alemannia-Supporters sowie die Gruppe Kalsbande, welche eher dem rechtsgerichteten Milieu zugeschrieben werden. So kommt es beim genannten Heimspiel zur Eskalation der Lage um die Vorherrschaft in der eigenen Kurve. Dabei wurde das Geschehen in einer detaillierten Stellungnahme der Aachen Ultras dokumentiert und veröffentlicht. Zitat Aachen Ultras im Dezember 2011 Während des Heimspiels vergangenen Sonntag kam es zu einem gezielten Übergriff auf unsere Gruppe und unseren Blockbereich in Essex. Zum Ende der ersten Halbzeit stürmten etwa 20 bis 30 Personen, die teilweise vermummt waren und der Gruppierung der Alemannia-Supporters und deren Umfeld zuzuordnen sind in den Block Essex und bewegten sich zielgerichtet auf unseren Bereich zu. Wenige Minuten zuvor kam es zu einer gezielten Provokation uns gegenüber, als zwei Personen, die ebenfalls diesem Personenkreis zuzuordnen sind, in unseren Block gelangten und versuchten unsere Zaunfahne herunterzureißen. Das Ordnungspersonal, welches versuchte den folgenden Angriff zu unterbinden, konnte ihn nicht verhindern, sodass es zu körperlicher Gewalt gegen Mitglieder unserer Gruppe kam. Zudem drangen einige Mitglieder der Kalsbande bis zu der Plexiglassschäube zwischen dem Stehplatzbereich und Block Essex vor, konnten diese nicht überwinden und beschränkten sich in der Folge auf verbale Provokationen und das Werfen von Beerbechern. Einzelne Mitglieder der Kalsbande fanden sich ebenfalls in der Gruppe der Angreifer wieder, die im unteren Bereich des Blocks Essex den Angriff unterstützten. Ebenso begleiteten Gesänge aus den Reihen der Kalsbande, zum Beispiel auf die Fresse, haut drauf Kameraden und Homos in Essex den Angriff der Alemannia-Supporters. Aussagen wie verpisst euch ihr Juden, ihr habt bei Alemannia nichts zu suchen machen deutlich, dass die Angreifer eindeutig dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Das Schimpfwort Jude scheint sich mittlerweile fest im Repertoire vieler Mitglieder der unpolitischen Kalsbande etabliert zu haben, denn regelmäßig werden Mitglieder unserer Gruppe vornehmlich bei Auswärtsspielen von Mitgliedern und Menschen, die sich im direkten Umfeld der Kalsbande bewegen als Juden tituliert. In Folge der Auseinandersetzungen mit den Supporters in unserem Blog wurde ein Ordner an der Hand verletzt, welcher noch am selben Abend operiert werden musste. An dieser Stelle wünschen wir ihm eine schnelle Genesung. Zudem wurde ein Mitglied unserer Gruppe nach einem Tritt und dem Sturz über die Treppen, welchen dieser mit sich zog glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der heftigen Auseinandersetzungen wurde das Polizeipersonal während des Spiels verdoppelt und ein Teil der Hundertschaft blieb ebenfalls in unserem Blog. Die Stellungnahme der Alemannia-Supporters, die auf der Alemannia-Homepage veröffentlicht wurde, nehmen wir zur Kenntnis. Wir möchten jedoch ausdrücklich betonen, dass Mitglieder der Kalsbande und Menschen ihres direkten Umfelds genauso aggressiv gegen uns vorgegangen sind. Wir erwarten vom Verein Alemannia-Aachen eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle. Außerdem müssen die Fan-Beauftragten sowie das Fan-Projekt ihre Herangehensweise an die bestehenden Probleme mit Rechtsextremen am Tifoli sowie in den Auswärtsblücken überdenken. Ein Statement, das die tief verwurzelten Probleme nicht behebt, sondern nur die eigene weiße Weste wahrt, kann und darf nur der Anfang der Arbeit gegen rechts sein. Aachen Ultras im Dezember 2011. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.